Nach Trennungsnachricht, erste Reaktion von David Odonkor David Odonkor, 37, meldet sich zu Wort. Ganz unerwartet, gab der Ex-Fußballer kürzlich das Ende seiner Beziehung bekannt. Mit seiner Frau Susan war der Sportstar bereits seit 2006 verheiratet. Nach 15 Jahren Ehe geht das einstige Vorzeigepärchen nun getrennte Wege. Doch wie geht es jetzt weiter? Zum ersten Mal nach Bekanntgabe der bitteren Nachricht gibt es eine Reaktion von David im Netz. Mit der gemeinsamen Tochter Adriana, die 2008 zur Welt kam, nahm der frisch getrennte kürzlich an der RTL-Sendung Comeback oder Weck teil. In der Prominente und ihre Kinder Gegenstände aus vergangenen Zeiten auf ihre Tauglichkeit testen. David wählte für seine erste Social-Media-Meldung nach der offiziellen Trennungsnachricht ein Bild aus eben jener Sendung, das die beiden lachend auf einem Sofa zeigt. Egal, was passiert, ich bin immer für dich da, betitelte er den Vater-Tochter-Schnapschuss in seiner Instagram-Story. Meine große Liebe schrieb der ehemalige Promi Big Brother Gewinner außerdem zu der glücklichen Momentaufnahme und verlinkte seinen Sprössling. Mit diesem rührenden Post zeigt David seiner Kleinen auf emotionale Weise. Dass sie immer auf ihren Papa zählen kann, auch wenn es bei ihren Eltern derzeit alles andere als harmonisch läuft. dass sie immer dependence auf ihn klingEN hat, immer beinigetört. Und dann sowohl zu dem depriven voice in Vegas.